Ja, da müssen wir kurz über den Pogosprung unterbrechen. Ah, das sind schon schwere Stellen, ja. Das ist schon ein schweres Spiel. Davon echt nicht unterschätzen. Im Glück kommt da überall Cupcakes raus. Das ist auch neu. War früher auch nicht so. Nein! Ich habe noch eine gefunden. Und diese zeigt die regierende Macht des Speers. Okay. Oh, Quark. Alle Herren, Dach. Bitte, kommen! Oh. Oh, ja. Launchpad. Quark, was war das? Ähm, gar nichts, Boss. Ich bin mir sicher, dass sowieso niemand den Baum genutzt hat. Ähm, mit Ausnahme von denen da vielleicht. Oh je. Und denen. Und, ähm, auch denen da. Ja. Ja, super. Ja, dem... Oh. Verdammt, ich bin gestorben. Ja, das ist nicht schön. Okay, wir starten wieder hier. Da bin ich... Nein! Das war jetzt nicht gut. Genau, das habe ich befürchtet. So, komm runter. Komm runter, Spinne. Komm runter. Ah, verdammt. Alter. Ja. Gut. Nicht gut. Gut, nicht gut. Ja, du wirst, was das heißt. Wie sollte man diese Schlange hier? Ich verstehe es nicht. So, okay, das ging sich gut aus, ausnahmsweise mal. Ja, das ging sich auch gut aus, ausnahmsweise mal. Nein! Verdammt! Was mache ich? Ich weiß es auch nicht. Also, jetzt muss ich... Ja. Komm runter. Ah, ein Kristall. So. Ah, Cupcakes. Gott sei Dank. Danke. Achso, das war nur eine. Okay. So, ich weiß ja nicht. Hopp. Ah, okay. Moment. Ja, da gehen wir natürlich da hinten zurück. Sieh ganz klar. Zack. Oh, gucke mal, gucke mal. Hui. Und wir packen alles aus und wir sind wieder voll schön. Mehr weitere Münze. Schauen Sie sich die an. Sie zeigt ein Schild. Ich wette, diese Inkas hätten noch viel mehr Münzen prägen können, wenn sie nicht versucht hätten, jedes so einzigartig zu machen. Das ist doch eh gut, oder? Moment, wir haben... Okay, uns fehlt nur noch eine Münze. Das ist ja interessant. Achso, ich habe mich nicht wieder rief, weil ich zurück und weg von meiner Herausforderung bin. Bitte was? Achso. Ja, er sagt irgendwas. Ist okay. Moment. Hier vielleicht? Ja, ich wusste es. Haha. So. Ist aber trotzdem nicht gut, weil wir sind fast gemorben. Das ist eher schlecht. So, gut, jetzt klettern wir hier nach oben, weil ich will ehrlich gesagt... Also die Tiefen da unten, die waren immer schon schwer. War auch damals schon. Aber das ist ganz cool, weil ich habe keine Ahnung. Nein, den Roten, den muss ich schon mitnehmen. Da bin ich leider zu... zu gierig. Ja. Ganz langsam. Zack. Da, da, da. Da, da. Da, 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 da. Ist da noch ein Cupcake-Brillen, komm, ich bin hier... Nein, natürlich nicht. Schade. Was? Warum dieser Lacher? Onkel Dagobert, warum dieser Lacher? Kannst du doch nicht bringen. Da, 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 da. Nicht so schön. Herrlich remasterte Musikstücke. So, jetzt geht es nach oben. Das wird jetzt spannend. Da müssen wir auf jeden Fall rüber. Ist klar. So. Und zack. Ja, ein roter, ja, ist mein, sagt er. Also, er will den auf jeden Fall, ähm, für sich beansprüchen, was ich natürlich, äh, bis zu einem gewissen Grad verstehe. So. Und, letzte Münze, wie es aussieht. Aha. Ah, diese Münze zeigt dem Bild der Waage der Gerechtigkeit. Genau, die brauche ich, um ein Zepter zu finden. Wissen Sie, Herr Tuck, ich habe ein wenig nachgedacht. Quack, warum fangen Sie jetzt damit an? Verderben Sie mir so nicht, äh, das Gemüt. Das ist ein guter Tag. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Worüber haben Sie nachgedacht? Jetzt, wo ich drüber nachdenke, ähm, habe ich es vergessen. Tut mir leid. Ah, Quack, Sie sind als Kind öfter auf den Kopf gefallen, oder? Ständig. Äh, warum? Tja, super. Ich wäre ganz froh, wenn ich auch mal wieder ein Leben bekommen würde. Wo geht's jetzt hin? Ach, jajee. Das ist neu. Cool. Bitte kommen, Quack. Ich habe etwas entdeckt. In dieser Steintafel wurde das Abbild von Manko Cupquack eingeritzt und mit achtkreisförigen Kerben drumherum. Klingt großartig. Erfahren wir dadurch, wie wir den Schatz finden? Nun, ich bin mir nicht sicher, was uns das sagt, aber ich bin überzeugt, dass es ein wichtiger Hinweis ist. Was ist es ja? Äh, das ist ja ein Ding. Diese Münzen nicht gefunden haben, aber passen genau in die Kerben hinein. Ah, Sie? Äh, Sie sind da sicher auf einen alten Pokertisch der Inka gestoßen, Herr Duck. Soll ich auf ein Spielchen zu Ihnen runterkommen, ne? Äh, wenn Sie hier runterkommen, gibt es was auf die Zwölf. Ja, Sie sollten aufpassen, dass nichts passiert. Schon vergessen? Ach ja, richtig. Ich soll ja nach Ärgerausschau halten. Habe ich vergessen. Äh, Quack. Was, wenn die Bilder auf diesen Münzen die verschiedenen Stämme von Manko Cupquacks Königreich darstellen? Vielleicht, wenn ich sie drumherum lege? Ach, schön. Ach nein, es klappt nicht. Hey, vielleicht müssen Sie nur die Zauberworte sagen. Oder auch nicht, ne? Hm. Und es erscheint ein alter Tempel. Sehen Sie sich das an, die antike Stadt Manko Cupquack? Und dieser Lichtstrahl, der muss zum Wolkentempel zeigen. Aber wie komme ich da hinüber? Oh Gott. Papier, Mr. McD. Ach, hey. Ich glaube, das ist eine gute Idee, ich weiß ja nicht. Ich will da hoch. Ach, hey. Nein, bitte nicht. Das ist mir zu klein, dieses Seil. Da, da. Aber er bleibt da stehen, okay? Nein, ich will da eigentlich so. Moment. Moment. Ja. Natürlich will ich das so machen. Ich frag mich nicht, warum, aber ich will das so machen, weil ich brauche natürlich Schätze. Und genau, den roten, den brauche ich natürlich, ja. So. Und da. Mal kurz. Wow. Huh, das war knapp. So. Und weiter geht's. Da, 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 da. Ein Abenteuer hier mit Dagobert Duck und, ähm, ja. Und Sprungfähigkeiten. So, ich will weiter. Willig, willig. Ja, gut, kommt da. Da runter und da. Kommt, ja. Oh, ein Cupcake. Ja, immer brauchen wir auch nicht die Cupcake. Ich wäre auch froh, wenn wir andere Dinge mal erhalten würden. Wie zum Beispiel den roten. Ja, ja, der ist schön. So. Und nochmal. Ha, schön. Wir haben schon 710.000 gesammelt. Oh, ich hab's geschafft. Ich hab den legendären Tempel von Manko Cupquack gefunden. Mit der Zuhilfe von Ihrem alten Freund Quack-Tempel-Piloten. Yay. Oh, natürlich, Quack. Ohne sie hätte ich das nie geschafft. Ja, jetzt gilt es abzuwarten und mit etwas Glück gehört das Zepter in Nullkommanichts mir. Bist du dir sicher? Moment. Oh, ein roter. Ich kann aber auch einfach hier raufklettern. Schau mal, wo wir da... Oh. Guck mal. Schön. Aber das mache ich glaube nur nicht. Ja, ich wusste es. Kein Geheimnis. Aha. Schön. Rot, rot und ein... Und roh. Wunderbar. Schön. Ja, solche Dinge gibt es hier immer mal wieder. Das ist so schön, weil das alles so toll versteckt ist. Ach, ich liebe es. Ich liebe dieses Spiel. Geht es da noch weiter? Nö, schade. Dann kommt, 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 kommt. Ja, blöd ist mir, dass wir jetzt kein Leben mehr haben. Weil wir einfach so schlecht waren. Warum haben wir so schlecht? Wow. Ja, toll. Juhu. Ach, hey. Was ist das? Schade, jetzt haben wir den ersten Level schon voll vergeigt. Juhu. Ach, das ist ja cool. Wir können in den Geldspeicher schwimmen. Gut, wobei so viel ist das jetzt nicht, ne? Wir haben nicht mal das erste Level geschafft. Das ist schon ein bisschen peinlich jetzt. Was haben wir da? Ach ja. Okay, das Geld haben wir uns behalten. Das ist schön, Charaktere. Ach, das können wir uns alles kaufen. Ach, das ist ja cool. Ach, das Spiel gefällt mir. Das holen wir uns natürlich alles im Rahmen des Let's Plays. Ist ganz klar, ne? So, und nochmal hier geheime Karte. Der Amazonas. Ja, komm, wir müssen, das müssen wir schaffen. Ich meine, hallo. Ja, genau. Holt mir Quack in die Strippe, bla, bla, bla. Wissen wir schon, wissen wir schon, wissen wir schon. Ach so. Filmsequenz überspringen. Ja, danke. Die bitte auch überspringen. Ah, yeah. Ja, ich weiß, Inhalt wird gespeichert, bla, bla, bla. Ja, es ist jetzt etwas doof, weil jetzt müssen wir den ganzen Spaß nochmal machen. Komm, überspringen wir auch. Aber na ja, wir sind jetzt schon besser, ne? Und ich würde sagen, dass wir diesmal zuerst nach unten gehen. Oh, cool, wir haben mit der Kiste erschlagen. Das geht natürlich auch, okay. Sind wir eigentlich da irgendwo den Gesamtstand? Nee. Oder haben wir jetzt alles verloren, was wir in diesem Level gesammelt haben? Ich glaube, wir haben alles verloren, weil wir den Mobot gegangen sind. Ach, das ist, das ist bitter. Ja, komm, Filmsequenz überspringen, das kennen wir ja alles schon. Das tut mir jetzt echt ein bisschen leid, ja, dass wir das jetzt leider alles vergleicht haben. So, wie weit können wir da jetzt rüber? Komm, wir machen das da. Also stimmt, das war die Geschichte, ja. Das dadurch nicht weiter, weil da kommen wir da nicht mehr zurück. Und ich will eher gesagt, oh, ich habe einen Demandenschiller, das ist doof. Ich will eher gesagt, ja, nach unten, ja. Komm, wir nehmen wir mit. Und wir brauchen ganz viel Geld, weil wir müssen uns das Ganze gedöns kaufen. Du, 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 du. Sagen wir es einmal hier. Und ein roten Lieder. Wunderbar. Blut, dass die Gegner immer wieder neu spornen. Aber naja. Jetzt ist auf einmal das Fass auch weg. So, einmal da. Zack, viel Spaß damit. Du stirbst. Okay. So, die nehmen wir natürlich mit. Und du stirbst bitte auch. Autsch, das war beruf. Kann ich den? Okay, ich kann ihn so auch aufmachen. So, die Filme sind jetzt natürlich auch. War das drüberspringen? Hier ist echt, echt fies. Warum sind hier jetzt keine Cupcakes drinnen? Komm, ich will doch nur ein Cupcake. Cupcake. Ich brauche einen Cupcake, bitte. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Irgendwie habe ich das Gefühl, von dieser Seite geht es weit besser. Ah, toll. Alter. Da, Gubert, was ist los? Da jammelt er herum. Das gibt's ja nicht. Au, au, au. Ja, komm, komm. Fünf Sekunden, wir springen. Sehr gut. So, wir sind jetzt auf jeden Fall besser wie letztens. Alter, wie peinlich war denn das jetzt vorher. Na, es tut mir leid. Dü, 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 dü. Da, da, da. So. Eine weitere Münze. Ja. Ich habe, bitte, genau, fünf Sekunden zu springen. So, die Kiste nehmen wir hierher, um die Schlange zu kaputtisieren. So. Und die kommen immer wieder. Ich liebe das, wenn... Oh. Das war doof. Ich liebe es, wenn Gegner immer so massenhaft neu spawnen. Vor allem diese komischen Affen. Da, da, da. So, einmal da hoch. Juhu. Zwei rote. Wunderbar. Super. So, nach unten. Und da rüber. Und die große Kiste nehmen wir natürlich mit. Ah, cool. Wenn wir eine Filmsequenz haben, dann sterben die Bienen. Oh mein Gott, jetzt wissen wir endlich, was... Was für das Bienensturm verantwortlich ist. So, dass ich habe Pech drin. Ja, wissen wir. Super. So, die Bienen ist mir egal. Und hier ist sicher ein weiter. Haben wir letztens, glaube ich, auch nicht Glück genommen. Oh. Zu viele Gegner. So, einmal da und da und einmal den Klopf. Juhu. Zack, zack, zack. So, und hoch da. Da, 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 da. Oh, ein Ding nehmen wir mit. Die Münze nehmen wir auch mit. Okay, so, fünf Sekunden zu springen. Wie viel haben wir? Eine fehlt noch. Und die ist da oben, das wissen wir. So, guck mal nur, nur wie weit, dass wir hier zurückklettern. Ach so, da sind wir jetzt schon da, wo wir vorher zu sammeln aufgehören haben. Okay, super. So. Das bedeutet, wir können jetzt gleich nach oben klettern. Kein Cupcake mehr, schade. Ah, aber den roten hätten wir beinahe verpasst. So. Ja, und Onkel Dagobert ist einfach so, für alle, die ihn nicht kennen. Onkel Dagobert ist einfach geldgierig. Ja, der könnte YouTuber sein. Ne, natürlich, das sagt man nur so. Ja, YouTuber sind nicht alle so. Ja. Aber Onkel Dagobert ist auf jeden Fall so. Also, der, der ist richtig geldgeil. Ja. Genau, man hört es eh. Er sagt, it's mein. Es gehört mir. Ja, nur mir ganz alleine. Also, cool. So. Gut, die nächste Münze. Zack, schön. Filmsequenz überspringen wir. Haben wir schon gesehen. Okay, und diesmal sind wir besser. Na, Gott sei Dank. Das wäre sonst etwas gar peinlich geworden. So, okay. Ding, 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 ding. So, die Filmsequenz überspringen wir bitte auch. Oh, das war jetzt ein bisschen komisch. Aber naja. Na, was ist jetzt? Komm, nimm mich mit. So, ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn wir da runterspringen jetzt. Ich meine, ich habe es letztens auch geschafft. Ein roter? Nur ein normaler. Okay. Also ein normaler Großer. Das ist nicht schlecht, ja. Aufregen soll man sich da deshalb nicht. Ein Cupcake. Schön. Ja. So, und da ist auch ein Roter unten, ne. Wunderbar. Und war da. Ich glaube, da war auch einer, oder? Ich weiß ja nicht, ob ich glaube, ich kann auf diese Pflanzen nicht draufspringen. Im Drumpen-Birx gleich gar nicht, ja. Ich glaube nicht, dass das geht. Ich glaube nicht. Nein, deshalb ja. Wir weichen immer schön aus. Da gehen wir auch mal runter. Zack. Okay. Okay. Da, da. Da ist nix. Nein, da ist nix. Ein roter. Und da. Nein. Okay. Also wir können nicht draufspringen. Lass mich. Lass mich. So, da kommt. So, da kommt. So, da kommt. Ach, ist das schön. So, die Fünferin zu verspielen mit der auch schnell. Gut. also wir haben richtig viel kohle schon das ding nehmen wir doch mit dem roten ja so und da ist jetzt wir müssen jetzt also wirklich schnell sein wie es aussieht da drüben dann und ein kugel das ist böse das ist ein bisschen indiana jones like wie es aussieht schnell wir müssen laufen okay nein wow die fallen rundherum okay na gott sei Dank war das Hugo mein gott das ist sind wogos ich trau mich da nicht hoch ich geh da hoch oh ich bin noch besiegt juhu hui 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 ja bringt mir noch nix schade ich komm ich muss die eine die eine stelle muss ich auf jeden fall ja das wird ruf ich weiß nicht was mach ich eigentlich gerade ich hab keine Ahnung nein 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 wo da komm ich nicht hoch okay hier war doch eine kiste habe ich die schon geöffnet oder offensichtlich na egal komm wir klettern mal nach oben vielleicht irgendwo ein Cupcake okay da Pizza eh da hahn roter ja aber mir wäre momentan gerade ein Cupcake wirklich lieber gut ich meine die roten sind auch gut wir haben über eine million die roten sind auch gut nah klar Oh, ah, Tate Frieda. Warum sind Sie hier, Frieda? Oh, ich passe nur auf, dass Sie ihre Düntheit halten, Herr Duck. Hier, komm, Cupcakes. Danke, und ein Leben. Oh, vielen herzlichen Dank, meine Liebe. Schön, Sie so zu sehen, aber ich kann sehr gut auf mich selbst aufpassen. Danke. Super. Ein Leben, juhu. Ja, das hätte man vorhin gebraucht, ne? Das ist ja cool. Weiß ich auch nicht, ob das im Original so war. Ah, ich hasse diese Küche. So, einmal diesen da. Also, da oben war ja vorher, ja, das ist drauf. Ich muss ein bisschen Acht geben. Sonst komme ich hier in Teufels Küche, auf gut Deutsch. Oh, man. Wee. Oh. Oh, oh, wow, 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 wow. Alter. Das war jetzt richtig viel Kohle. Das war jetzt richtig viel Kohle. Schön. ο. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.